Im SonntagsOS Nummer 56 habe ich ja Gecko Linux vorgestellt. Das ist quasi ein auf OpenSUSE basierendes Betriebssystem, welches quasi einfach nur modifiziert wurde. Es ist also nichts großartig eigenes, sondern so ein Spin könnte man sagen. Und da gab es ja einen ganz schönen Fail, was das Administrator-Konto betrifft. Da hatte ich dann den Haken einfach rausgemacht und trotzdem wurde das Ganze akzeptiert. Und dann hatte ich nachher keinen Administrationszugang mehr. Und prompt hat sich der Entwickler daraufhin gemeldet. Den habe ich in diesem Video auch angepinnt. Und was er dazu gesagt hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und er hat noch ein zweites Projekt, nämlich Spiral Linux. Und das stelle ich hier heute vor. Also schnapp dir einen Tee. Los geht's. Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute geht es quasi an Teil 2 meiner kleinen Reise zwischen zwei Betriebssystemen eines einzelnen Maintainers. Also eines, ja ich sag mal Entwicklers. Der aber kein Entwickler ist. So und zwar installieren wir heute Spiral Linux. Letzte Woche haben wir uns Gecko Linux angeguckt. Und hier auf dem YouTube-Kanal, wo ich dann kein Administrator geworden bin, da ist das Video auch schon zu sehen. Und zwar hat auf dem letzten Video der Entwickler höchstpersönlich reagiert. Und hat ein paar liebe Worte dargelassen und auch schon ein paar Erklärungen abgegeben, was da bei der Installation von Gecko Linux schiefgelaufen ist. Und wenn du also noch Fragen hast zu Gecko Linux oder eben auch zu Spiral Linux jetzt, dann geh einfach mal unter das Video von Gecko Linux. Dort ist der Kommentar von s.b. angepinnt und dann dort einfach deine Frage reinschreiben oder Tipps oder Tricks. Du kannst auf Deutsch oder Englisch. Der gute Herr ist Amerikaner. Von daher wäre Englisch am besten. Aber er übersetzt sich das dann natürlich auch von selber. So wir hatten dann auch noch per E-Mail-Verkehr gehabt, der Entwickler und ich. Und hatte mir dann auch noch mal ein paar Beweggründe mitgeteilt, was überhaupt der Grund ist dafür, dass er Gecko Linux und Spiral Linux überhaupt kreiert hat. Warum es das überhaupt gibt. Und darauf kommen wir dann jetzt gleich bei der Installation dazu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erst mal an. Die Webseite hier sieht ja im Prinzip genauso aus wie die von Gecko Linux. Es ist im Prinzip dasselbe Framework. Das ist GitHub Pages nennt sich das. Ist schön gestallt. Da steht alles Notwendige drin. Auch hier ist im Prinzip fast dasselbe, was alles so in dem Betriebssystem eben vorkommt. Ja, wenn ich hier auf Downloads klicke, dann werde ich hier direkt runtergescrollt quasi auf die neuen Möglichkeiten, die ich habe. Also es gibt Spiral Linux tatsächlich mit mehreren Desktop-Umgebungen. Cinnamon, XFCE, Gnome, Plasma, Mate, Budgie Desktop, AlexCute und den Spiral Linux Builder. Ich nehme mal an, das wird Spiral Linux ohne grafische Oberfläche sein, für die, die sich das Projekt selber zusammenbauen möchten. So, ja, ich nehme jetzt einfach wieder Cinnamon, wie beim letzten Mal, wie letzte Woche. Und werde gleich hier auf Problems Downloading gehen und mir NetColon aussuchen, weil da der Download am schnellsten geht. So, Spiral Linux. Hier habe ich jetzt in einer virtuellen Maschine schon die ISO gezogen. Da erkennt er das Betriebssystem aber nicht. Das ist nicht so schlimm. Spiral Linux basiert auf Debian 11 und deswegen können wir das hier auch auswählen und dann einmal auf Weiter. Hier nehme ich meine üblichen Spezifikationen, einfach, dass das alles hier ein bisschen schneller geht. Ich nehme, ja, 30 GB, das denke ich mal, sollte ausreichen. Und dann machen wir hier Spiral Linux Konfiguration bearbeiten und mein Netzwerk auswählen. Dann möchte ich eine UEFI Installation haben und alles andere kann so bleiben. So, dann würde ich sagen, Installation beginnen und dann wollen wir mal loslegen. So, hier haben wir dann ein wunderschön designtes Grub Boot Menü. Und hier gibt es dann diverse Optionen, wie ich das Ganze hier starten kann. Unter anderem kann ich dann hier auch verschiedene Kerne noch auswählen, mit welchen ich booten möchte. Ein etwas älterer LTS-Kernel oder ein etwas neuerer Kernel. Das ist auch sehr, sehr gut. Das ist gerade der neuere Kernel, der ist dann zu verwenden, wenn der eigene Rechner sehr neu ist und vielleicht es da irgendwo Kompatibilitätsprobleme gibt, dann ruhig den neueren Kernel laden. Ich nehme jetzt ganz normal Live-System und dann booten wir mal rein in die Live-Umgebung. Und da sind wir auch schon drin. Das ging recht zügig. Ich werde mal ganz fix das Display anpassen auf Full HD, Apply und Keep. So, die Sprache ist natürlich erstmal noch alles auf Englisch. Das wird sich dann aber gleich ändern. Da gibt es nämlich hier den Language-Support. Das machen wir dann, wenn es aber soweit ist. So, als nächstes öffne ich den Installer. Das ist Calamares-Installer. Das ist sehr, sehr gut, denn Debian nutzt nicht den Calamares-Installer, wenn ich mich nicht irre, sondern einen eigenen. Calamares ist halt hervorragend geeignet für die Installation von Systemen jeglicher Art. Gut, dann wählen wir hier einmal Deutsch aus. Dann einmal weiter. So, ich befinde mich hier in Berlin. Einmal weiter. Deutsche Tastatur hat er jetzt schon aufgrund meiner Lokalisierung automatisch ausgewählt. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann kommen wir jetzt zur Festplatte löschen. So, auch hier, wie bei Gecko Linux, auch hier kann ich mir auswählen, ob ich eine Swap-Partition oder eine Auslagerungsdatei haben möchte. Möchte ich beides nicht haben. Und ButterFS ist hier als Dateisystem standardgemäß ausgewählt. Wird also standardgemäß dann hier formatiert. Ich kann aber noch auswählen zwischen zum Beispiel EXT4, F2FS oder XFS. So, wir belassen es aber bei ButterFS und verschlüsseln das System jetzt nicht. Das ist bei Notebooks besonders sinnvoll, damit dann niemand auf das Notebook, auf die Notebook-Festplatte zugreifen kann. So, jetzt einmal ihr vollständiger Name, Typ und Typ. Das ist in Ordnung. Dann machen wir hier den Namen Spiralbox und das Passwort. Dann nehmen wir ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer root. So, hier steht automatisches Einloggen ohne Passwort. Das lassen wir abgehakt. Und beim letzten Mal bei Gecko Linux in dem letzten Video, da stand hier noch ein zusätzlicher Haken mit Passwort, auch als Administrator-Passwort benutzen. Das fehlt jetzt hier, weil es, glaube ich, wenn ich mir nicht sicher bin, hier bei Debian kein zusätzliches Administrator-Konto gibt. Gut, ja, Installation läuft jetzt und dann warten wir einfach mal ab. So, während die Installation jetzt läuft, können wir ja noch mal ganz kurz rüber zu dem letzten Video. Dort hatte ich ja gefragt, auch wie man dann dieses Administrationsproblem dann lösen kann, wenn man keine Root-Rechte hat. Und es kamen wirklich sehr, sehr viele super tolle Antworten und Tipps. Manchmal kann es so einfach sein. Also, die wohl sinnvollste Lösung ist einfach im Video selber. Dort hatte ich mich ja hier in JAS 2 über die Konsole eingeloggt. So wie hier. Und hier rüber hätte ich dann tatsächlich über Security und Users ganz einfach dann mich selber zum Administrator auch machen können. Ich habe es selber nicht mehr getestet jetzt, aber ich nehme mal an, das wäre auf jeden Fall dann ohne Probleme gegangen. Ja, der Fehler hier zu Beginn bei der Installation, da können wir ja mal ganz fix hier drauf zugreifen. Und das war hier diese Stelle. Hier steht ja, nutze das gleiche Passwort. Ich werde es mal versuchen, ein bisschen größer zu machen. Hier steht ja, nutze das gleiche Passwort auch für das Administrator-Konto. Das hatte ich dann erwähnt und hatte versehentlich hier den Haken rausgemacht. Und dann steht hier, wählen Sie ein Passwort für das Administrationskonto. Und hier hinten ist schon ein grüner Haken. Und das darf normalerweise gar nicht sein. Das hatte mir der Entwickler, beziehungsweise der Maintainer, hatte mir das dann auch in der E-Mail auch nochmal mitgeteilt. Er hat gesagt, normalerweise ist das auch ein Fehler, weil rein theoretisch hätte ich hier gar nicht auf weitergehen können, da das Passwort ja normalerweise nicht leer sein darf. Das heißt, wenn, dann hätte ich hier auch wirklich ein Passwort eintragen müssen. Das war also tatsächlich ein Bug, den ich ja ein bisschen ungewollt, aber doch zufällig herausgefunden habe. So, und das Problem haben wir jetzt hier nicht, sondern hier wird gar nichts nach einem Administrator-Passwort jetzt irgendwie gefragt oder nach einem Administrator-Konto. Ja, dann warten wir mal ab, wie es dann wird. So, und dann können wir das System einmal neu starten. So, auch hier wieder wunderschön gestaltetes Grub-Boot-Menü. Und hier können wir jetzt einfach direkt das erste laden. Und der Standard-Kernel, den habe ich jetzt hier oben schon gesehen, ist der 5.18. Also dann doch ein, ja, recht neuerer Kernel dann auch. Gut, ja, hier haben wir dann, so wie es aussieht, LightDM, wenn ich mich nicht irre. So sieht das aus. Und dann einmal einloggen. Sehr gut. Gut, so, und hier sehen wir auch schon, ist ja so ziemlich alles schon auf Deutsch eingestellt. Das finde ich sehr, sehr gut, dass das auch gleich geklappt hat, sodass man braucht auch keine weiteren Sprachpakete installieren. Das war ja bei Gecko-Linux jetzt ein bisschen schwieriger. Da war das leider nicht auf Deutsch. Jetzt haben wir hier alles auf Deutsch auch eingestellt. Ich werde mal ganz fix ein Terminal öffnen und mal schauen, ob die Tastatur ebenfalls auf Deutsch ist. Jawohl, die Tastatur ist ebenfalls auf Deutsch. Das heißt, optisch macht das jetzt tatsächlich zwischen Gecko-Linux erstmal überhaupt keinen großen Unterschied. So, lediglich, dass hier eben ein Debian unter der Haube ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt hier einfach mal ganz fix die klassische Oberfläche an. Es handelt sich dabei ganz normal um das Cinnamon Desktop. Das kennen viele von euch auch von Linux Mint. Auch da gibt es schon ein Video hier auf diesem Kanal. Einfach mal gucken. Hier habe ich einen Arbeitsflächenumschalter. Das ist auch sehr, sehr schön. Das sind diese drei Punkte. So, Standard Browser ist hier der Mozilla Firefox. Auch dieser ist bereits auf, nee, der ist noch auf Englisch geschalten. Ja, hier, Settings. Und um die Sprache umzustellen, kannst du im Prinzip einfach in die Einstellungen gehen und hier die Sprache ändern. Wenn der Firefox allerdings wieder geupdatet wird, dann wird die Sprache im Prinzip wieder zurückgesetzt. Und zwar wieder auf Englisch. Und dann muss man nach dem Update, nach dem neuen Versionsupdate, entsprechend die Sprache nochmal neu einstellen. Und damit man das nicht machen muss, gibt es da einen kleinen Trick. Und zwar einfach das deutsche Sprachpaket zusätzlich installieren. Und dann wird bei jedem Update, bei jedem Versionsupdate, wird dann die Sprachdatei oder das Sprachpaket auf dem Rechner hier ebenfalls mit installiert. Und dann bleibt der Firefox auch nach einem Update in der deutschen Sprache. So, um das Ganze installieren zu können, da bedarf es dann ein wenig Vorbereitung noch. Und zwar als erstes muss man das Unstable Repository freischalten. Da schauen wir mal, ob das hier überhaupt freigeschalten ist. Einfach hier nach Software und Updates suchen. Dann gibt es hier die Other Software. Und dann hat man hier die Repositories, wie man sie denn verfügbar hat. Gibt es hier zum Beispiel FastTrack und die Backports. Und unter anderem eben auch Debian SID. Das ist SID Main Contrib Non-Free. Das ist die Unstable. Und diese brauchen wir. So, das einmal freischalten. Und dann einfach nochmal das Terminal öffnen. Und dann auf Update. So, genau. Dann werden hier nämlich die gesamten Übersetzungspakete hier gleich mitgeladen. Das sieht man dann hier schon fast. Hier werden dann die ganzen Informationen auch geholt zu den Translations. Sehr gut. Und schlagartig sind 1349 Pakete zum Updaten verfügbar. Werde ich jetzt erstmal noch nicht alle updaten. Sondern ich werde jetzt einfach das Paket Firefox L10n.de. Also sudo apt install. Dann Firefox. Ich mache mal ein bisschen größer. So, Firefox L10n. L10n beschreibt immer ein Sprachpaket. Eigentlich egal für welche Software. Immer all wo L10n drin ist. Bedeutet immer, dass ein Sprachpaket jetzt installiert wird. Und dann gefolgt eben von dem Sprachkürzel. Das ist hier in dem Falle DE. Das kann aber auch, was weiß ich, NL sein. Wenn du Niederländisch haben möchtest. Oder DK für Dänemark. Für Dänisch. Aber wir nehmen jetzt hier für DE. Und ja, dann laden wir das Ganze mal nach. Einmal Ja. Und jetzt wird eben Sprachpakete, wie auch das Wörterbuch, das deutsche Wörterbuch für die Rechtschreibüberprüfung, nachinstalliert. So, und hier gab es jetzt hier scheinbar Probleme mit der Installation. Ich nehme mal einfach an, dass wir das Ganze hier gleich mal wirklich updaten müssen, das System. So, aber die Installation läuft. Dann warten wir mal ab. So, hier fragt er, ob ich neue bei Paket-Upgrades eben Dienste neu starten darf. Da sage ich einmal Ja. Ich werde mich mal einmal aus- und wieder einloggen. Oh, interessant. Es sind jetzt quasi zwei Firefox-Füchse, habe ich jetzt hier installiert. Einmal diesen Firefox hier. Da können wir gleich mal schauen. About. Das ist die 91 ESR. Und dann habe ich einen Deutsch, in Deutsch übersetzten Firefox. Und da haben wir dann die Version 104. Das ist im Prinzip das Paket aus dem Unstable-Paket. Das ist quasi, ja, mit dem deutschen Sprachpaket dann mitgeliefert worden, weil das deutsche Sprachpaket tatsächlich nur mit dem Unstable mitgeliefert wird. Und deswegen ist dieser jetzt hier auch auf Deutsch. Das sieht man auch. Hier ist jetzt alles auf Deutsch übersetzt. Lediglich der Firefox ESR. Der ist eben nicht mit auf Deutsch übersetzt worden jetzt. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Im Prinzip kann man den dann auch deinstallieren, wenn man das dann möchte. Und zwar ganz einfach mit sudo apt-perch und dann Firefox minus ESR. Und dann wird dieser Firefox dann entsprechend deinstalliert, sodass man dann keine zwei Firefoxe, Firefüchse auf seinem System installiert hat. Gut, soviel zum Firefox. So, dann schauen wir mal hier rechts. Hier haben wir unseren Kalender und eine Uhrzeit. Allerdings passt mir das mit der Uhrzeit hier nicht so richtig, weil 3.18pm ist nicht unser Format, unser, ja, deutsches Format, sage ich mal. Und zwar kann man hier entsprechend die Formate ändern. Und wenn ich hier auf Angaben zum Datumsformat gehe, dann komme ich hier zu For a Good String of Time, nehme ich mal an, soll das heißen, also sowas ähnliches, For a Good, ja, für eine gute Zeitangabe. Ja, String of Time, For a Good String of Time. Und da kann man dann jetzt hier schauen, wie das angezeigt werden soll. Und dann hier, wie das Format nachher aussieht. Ich möchte zum Beispiel ein 24-Stunden-Format haben. Das kann so bleiben. Hier zum Beispiel möchte ich das dann so haben. Und da steht hier, wird das mit Dollar, mit Prozent H, Doppelpunkt, Prozent, großes M. So, das kopiere ich mir mal rüber. So, dann haben wir hier A sagt dann wahrscheinlich die Woche. B ist dann der, äh, das kleine B ist der abgekürzte Monatsname. Den will ich aber auch nicht. Sondern ich sage, ähm, D ist der Tag. Ich sage, so, ne, 10. September. Das Sept kann ruhig abgekürzt sein. Komma noch ran. So, und dann möchte ich aber, äh, nicht das L haben, sondern ich möchte ein großes H haben. Und ein großes M, weil dadurch wird dann nämlich die 15 hier unten angezeigt. Sehen wir hier, ne, 15.20 Uhr. Das ist jetzt aktuell auch hier meine Zeit. Und dann kann ich hier hinten das P wegmachen, weil ich brauche die Meridian-Zeit dann eben nicht. Mit dem Post-Meridian oder, äh, After-Meridian. Ja, dieses AM und PM. So, und so kann man sich dann hier seine Zeit zusammenstellen. Und hier wird das Ganze dann auch nochmal genau erklärt. Gut, da kann man so ja noch was lernen. Nur alleine, wenn man seine Uhr stellt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und ich kann hier eine Tastenkombination festlegen, wenn, äh, um den Kalender anzuzeigen. Das, äh, brauche ich jetzt nicht. Ich will hier einfach draufklicken und dann ist der Kalender da. Das ist für mich völlig in Ordnung. Gut, dann gucken wir mal, was hier so alles vorinstalliert ist. Wir haben, wie immer, die LibreOffice-Bibliothek. Und, äh, auch diese ist komplett auf Englisch. Und, äh, dazu werde ich jetzt hier mal das System aktualisieren. Ich glaube, das ist dann schon mal ganz wichtig, dass wir jetzt hier mal ein vollständiges Update durchführen. Also, sudo apt-update und sudo apt-dist-upgrade. Und dann gleich noch, äh, sudo apt-auto-remove, dass dann, äh, ungenutzte Abhängigkeiten dann gleich entfernt werden. Und dann sudo apt-clean, damit er alle runtergeladenen Pakete dann einfach, äh, wieder entfernt. Und, äh, diese, ja, Depp-Pakete, die würden sonst nämlich einfach nur rumliegen. Gut, Passwort rein. Und jetzt heißt es einfach, ja, zurücklehnen, abwarten, Tee trinken. Äh, es geht gleich weiter. So, die Aktualisierungen sind durch. Ich habe das System neu gestartet. Wie man an der Uhrzeit sieht, hat das tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Also, es waren fast zwei Gigabyte an Daten, die hier geladen werden mussten und dann eben auch, äh, entpackt und installiert werden mussten. Äh, so, dafür habe ich jetzt aber wirklich auch ein aktualisiertes System. So, dann schauen wir mal, was das jetzt für ein Kerne ist. So, und zwar ist das der, äh, 5.18.0-Kernel. Spiralbox ist mein Rechnername. So, die 5.18.0, der normale Debian 11.4-Kernel. Äh, vorher oder vorinstalliert war der 5.18.BPO. BPO ist einfach nur der Backports-Kernel. Dadurch, dass ich ja jetzt die Unstable-Repositories freigegeben habe, hat er sich jetzt den, äh, Kernel 5.18.0 direkt aus dem Unstable-Repository gezogen. Gut, dann schauen wir mal, was da jetzt alles so vorinstalliert ist. So, als nächstes möchte ich mal, äh, hier den Language Support installieren. Set, äh, System Languages und Install Language Packs kann ich hier, äh, angeben. Ich möchte mal ein paar, äh, Sprachpakete angeben. Wir schauen mal, was da angeboten wird. Perfekt, dann wird die Synaptics-Paketverwaltung geöffnet. Und dann haben wir hier eine kurze Einführung. Und dann sehen wir hier diverse Sprachpakete für die verschiedenen Programme. Unter anderem übrigens auch für Firefox ESR. Also, wenn du ein Sprachpaket für das Firefox ESR haben möchtest, kannst du einfach Firefox-ESR-L10N und dann die entsprechende Sprache, ne, in dem Falle dann zum Beispiel DE. Ich habe jetzt aber Firefox ESR deinstalliert und ich habe dafür das, äh, aktuellst, den aktuelleren Firefox genommen. Äh, was mich aber interessiert, ist LibreOffice, weil LibreOffice ist aktuell auf Englisch. Und da haben wir hier auch LibreOffice und da werde ich jetzt hier einfach LibreOffice-L10N.de einfach zur Installation vormerken, zum Installieren vormerken und dann einmal anwenden. Und dann einmal anwenden. Und das geht dann eigentlich recht zügig. Und dann ist das Ganze auch durch. So einfach lassen sich hier unter Debian in der Synaptics-Paketverwaltung entsprechend die Sprachpakete für die einzelne Software und Programme installieren. Ja, entweder direkt über Synaptics oder hier auf den Link Language Support. So, jetzt schauen wir mal, ob LibreOffice jetzt hier auf Deutsch ist. So, dann habe ich jetzt mal geöffnet. Hier oben ist jetzt das Menü. Es ist jetzt alles auf Deutsch. Das sieht man auch. Ich kann auch mal zumachen. Das ist jetzt der Writer gewesen. Jetzt möchte ich mal auf den, auf das Startcenter. Und hier sieht man jetzt Writer-Text-Dokument und so weiter, Datei öffnen. Jetzt ist hier alles auf Deutsch auch eingestellt, so wie es sein muss. So, und hier kann ich auch noch mal schauen. Das ist die 7.4. Also doch eine ziemlich aktuelle LibreOffice-Version. So, HP-Lib ist bereits vorinstalliert. Wenn du also einen HP-Drucker oder Fax hast, dann kannst du das quasi gleich out of the box nutzen. Unter Grafik haben wir neben diversen Bild- und Dokumentbetrachtern noch Shotwell installiert, vorinstalliert. Das ist quasi zum Verwalten von Fotos. So, im Bereich Internet haben wir den Firefox und den Thunderbird. Allerdings gucke ich mal, ob wir den neuen Thunderbird drauf haben. Ich glaube es ja nicht, aber wir werden mal schnell schauen. Einmal hier und doch hier oben sehen wir, das ist die 102, die Version 102. Ich nehme mal an, bei der Aktualisierung hat sich das ebenfalls aus dem Unstable Repository gezogen. Ja, wenn du das also diese neueren Versionen haben möchtest, dann unbedingt den Unstable Repository aktivieren und dann funktioniert das auch. Und auch hier ist alles auf Englisch gestellt. Da greift das mit den Sprachpaketen dann eben genauso. Einfach hier auf Language Support, Install in a Language. Ach so, Thunderbird-Paketverwaltung war noch offen, deswegen hat er jetzt gemacht. Dann einfach runter auf Thunderbird. Hier ist die richtige Version, die 102. Dann entsprechend DE auswählen. Hier haben wir es, zum Installieren vormerken, anwenden, anwenden und dann kurz abwarten. Dann einmal schließen. Auch hier schließen. Und dann kann man Thunderbird E-Mail und Nachrichten öffnen. Und dann sollte es jetzt rein theoretisch alles auf Deutsch sein. Hier stehen wir, bestehende E-Mail-Adressen einrichten, Startseite und jetzt ist hier alles auf Deutsch. Und ja, man könnte es dann direkt auch hier einstellen, unter Einstellung und dann Spracheinstellung. Allerdings bei jedem Upgrade, bei jeder Versionsänderung ist dann immer alles wieder auf Englisch und dann muss man das immer wieder von Neuem eingeben. Und jetzt mit den installierten Sprachpaketen hat man das Problem nicht mehr. Sehr gut. So, also Thunderbird ist drauf. Neueste Version. Sehr, sehr gut. So, Transmission ist ein BitTorrent Client. So, dann haben wir im Bereich Multimedia den VLC Media Player und Clementine. Wie bei Gecko Linux ebenfalls diese beiden Programme schon vorinstalliert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, hier haben wir dann bei Sonstiges eben dieses Programm Language Support und eine GUI, also eine Oberfläche, grafische Oberfläche für Snapper. Denn mit jeder Aktion, die wir hier ausgeführt haben, wurden hier schon System-Snapshots erstellt, auf die wir im Grabboot-Menü auch drauf zugreifen können. Unter Zubehör finde ich dann die üblichen Zubehör-Sachen, die eben noch so benötigt werden, wie zum Beispiel ein Dateimanager. Da haben wir hier Nemo, der Standard-Dateimanager für den Cinnamon-Desktop. Kennt man auch von Linux Mint. Und ansonsten dann noch den Taschenrechner, ein Texteditor ein einfacher, eine Menü-Bearbeitung und ein Clipboard-Manager. Den sehen wir hier unten. Arcelite. So, dann die Einstellungen. Da hat man dann diverse Einstellungsmöglichkeiten. In der Systemverwaltung haben wir einmal Gnome Software. Das ist quasi das ganz normale Gnome Software Center. Auch hier richtig mit diesem neuen Ad-Weiter-Look. Es gibt einen Grab Customizer. G-Parted ist auf jeden Fall mit drauf. Die Synaptics-Paketverwaltung hatten wir eben. Und Software gucken wir uns gleich an. Und dann hier gibt es noch die Orte, im Prinzip Musik, Bilder, Videos und so weiter, die wir dann so haben möchten. Und das Ganze ist dann hier auf der Seite auch nochmal mit Shortcuts belegt. So, sehr interessant ist eben die Softwareverwaltung. So, da haben wir hier, hier steht jetzt einmal Aktualisieren, die Quantum Theme Engine. Machen wir gleich mal Aktualisieren auf die nächste Version. Sehr gut, das ging dann doch recht zügig. Ja, das ist auch Gnome Software 43 RC. Möchte ich mal schauen, was da jetzt der Unterschied ist zwischen der Gnome Software, was jetzt hier noch drin war. Hier, Gnome Software Route. Oder ob das einfach dasselbe immer noch ist, nur eben als Rot. Hier sieht man zum Beispiel schon die optischen Änderungen. Halt, die optischen Änderungen. Hier ist eben das Fenster noch eckig und so weiter. In drinnen sieht es schon nach Gnome aus. Und hier hat man dann komplett abgerundete Ecken und Kanten. Und so sieht das Ganze dann aus. Unter Erkunden, so sieht es aber an sich gleich aus. Ich nehme mal an, also hier hatten wir ja Version 43 RC Release Candidate und hier haben wir ebenfalls 43 RC. Es ist quasi dasselbe, nur das eine ist schon mit Route Zugriff und das andere eben nicht. So, wenn wir hier durch die ganzen Software Sachen mal so durch scrollen, werden wir wahrscheinlich sehen, dass es hier auch Flatpacks schon gibt. Und Flatpacks sollte nämlich standardgemäß, jawohl, hier sehen wir es auch, Flatpack, FlatHub. Denn Flatpack ist hier standardgemäß aktiviert schon und komplett vollständig eingerichtet. Das habe ich bei Gecko Linux gar nicht getestet. Aber ich glaube, bei Gecko Linux musste man das dann noch extra einrichten. Wenn ich jetzt hier also Spotify installieren möchte. Ich komme mit dem Genom so fest, aber nicht so ganz klar. Spotify. So, dann haben wir hier Original Spotify und dann kann ich mir das sofort, ja, die Anwendungsdetails werden geladen. Und dann kann ich mir das hier sofort einfach auf Installieren klicken. Und das Gute ist, bei Flatpacks braucht es eben keinen Route Zugriff, keinen Sudo-Befehl, sondern Flatpakete kann man auch direkt in das, ja, ich sage mal, in das User-Verzeichnis rein installieren. Und schon ist Spotify auch installiert. Dann können wir das einfach öffnen und dann funktioniert das auch. Haben wir hier Spotify als Flatpaket installiert, ohne dass ich das vorher noch irgendwie einrichten muss. Das funktioniert also direkt out of the box. Und das finde ich absolut fantastisch. Das macht dieses System unfassbar nutzerfreundlich. So, dann wie üblich können wir hier auch wieder die berühmten Cinnamon Desklets laden. Das wird jetzt hier kurz nachgezogen. Ich kann hier zum Beispiel das Wetter mir anzeigen lassen. Und dann hier einmal auf Verwalten. Hier sagt er, dass er irgendwas einstellen muss. So, hier haben wir dann das Wetter in London. Dann kann man das dann hier wahrscheinlich dann einstellen. Dann kann man hier den Ort, Datendienst und so weiter entsprechend eintragen. Allerdings braucht es immer einen API-Schlüssel. Wenn ich also zum Beispiel über Open Weather Map da irgendwie einen Wetterschlüssel haben möchte, dann muss ich mir diesen auch noch ziehen oder holen. Gut, das ist aber nur eine Möglichkeit, wie man einen solchen Desklet auch nutzen kann. Ich werde das jetzt hier mal wieder entfernen. Und ja, da kann man dann halt noch diverse andere Desklets entsprechend herunterladen. Gut, dann findet sich hier noch Hintergrund des Schreibtisches ändern. Da finden wir dann diverse Wallpaper. Dann haben wir hier die Standard-Wallpaper, so wie es aussieht. Dune, das sind so gekachelte Wallpaper, so wie es aussieht. Und hier befindet sich im Prinzip nur das Standard-Wallpaper drin. So, wir können mal schauen, ob es mehrere Hintergrundbilder gibt. Dazu einfach auf das Root verzeichnen, dann User, Share und dann Backgrounds in der Regel. Da haben wir es. Gnome. Und so wie es aussieht, gibt es hier keine weiteren Backgrounds. Wir können es trotzdem mal öffnen. Ja, es gibt dann quasi diese Standard-Backgrounds, die so gekachelt sind, von Gnome im Prinzip. So, was haben wir sonst noch? Gibt es sonst noch Hintergrundbilder, die wir noch so finden? User, Share. Und dann einfach mal auf Wallpaper. Jawohl, ja. Und da gibt es halt nur diesen einen, der jetzt hier im Hintergrund ist. Gut, müsste man sich dann gegebenenfalls aus diversen Quellen noch welche herunterladen, wenn man sie denn haben möchte. Gut, dann soviel zum Hintergrund. Dann schauen wir mal, ob wir das Aussehen ein bisschen verändern können. Das ist ja, denke ich mal, auch immer etwas, was sehr gerne genutzt wird. Dazu finden wir in den Einstellungen zum Beispiel die Effekte. Da können wir mal schauen. Okay, das sind so, ja, Animations- und so weiter Effekte. Das kann man abschalten, wenn einem das die Ressourcen ein bisschen zu hoch treibt oder wenn man nicht die Ressourcen entsprechend hat. Ah, ganz unten, da gibt es dann das Themes, Themen. Und dann können wir mal schauen. So Symbole haben wir ganz normal, Add weiter und dann die Fensterordner sozusagen. Dann gibt es Add weiter, Add weiter Dark und Numix. Numix ist ja das, was jetzt hier angezeigt ist. Das ist ja diese Fensterdekoration, die wir hier sehen. Die Maus gibt es nur die eine und hier unten das Cinnamon-Schreibtisch. Das ist dann das Menü hier unten. Auch hier können wir bei Hinzufügen und Entfernen dann entsprechend das laden, was man denn haben möchte. Ich kann mal schauen, ob ich jetzt hier was Schönes finde. Nehmen wir ruhig das Erste, das Oberste mal noch. So, Ordner haben sich nicht geändert. Hier gibt es Abta, Not Go. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Sehr, sehr hübsch. Und hier unten haben wir dann noch das Menü. Auch das sieht sehr, sehr toll aus. Also wem dieses Design gefällt, wird man jetzt noch ein passendes Hintergrundbild laden. So, und damit habe ich das Ganze ein bisschen verschönert. Jetzt habe ich einen passenden Hintergrund dazu. Das ist das Original-Hintergrundbild zu diesem Theme auch. Wenn wir also nochmal hier reingehen. Und hier sieht man bei Adapter Nocto, das sieht man vielleicht nicht so richtig, aber hier so im Hintergrund sieht man, das ist schon das Originalbild im Prinzip. Das, ja, so würde ich das jetzt zum Beispiel designen. Sieht sehr, sehr schön aus. Und so kann man sich dann auch richtig austoben. Was mir jetzt noch nicht so ganz gefällt, sind die dazugehörigen Icons. Die werde ich jetzt aber mal auch noch anpassen. So, und jetzt habe ich mir noch ein paar Symbole noch hinzugefügt. Und zwar Flat Remix Cyan Light Dark Panel. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Und diese Symbole, das gefällt mir dann doch sehr viel mehr. Das sieht dann deutlich besser aus, wenn man jetzt mal schaut. Hier auch die Symbole der Ordner. Wenn ich jetzt hier direkt in meine Dateiverwaltung reingehe, dann sieht das Ganze dann entsprechend so aus. Ich werde mal kurz die... So haben wir dann unsere Symbole. Ich kann das hier auch so anordnen. So sieht es auch gut aus. Ja, und das sind dann, das ist dann das neue Symbol-Thema. So, und somit habe ich jetzt ein Debian, also das Spiral Linux, quasi meinen Bedürfnissen wirklich angepasst, meinen Wünschen. Und das gefällt mir wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist zufälligerweise wirklich absolut toll. Schön, dass ich das gefunden habe. Und ja, dann kannst du dein Spiral Linux ebenfalls so benutzen. Und im Prinzip ist für die gesamte Nutzung dieses Betriebssystems kein Terminal quasi notwendig. Also hier das Terminal muss ich an sich nicht verwenden. Ich kann die Updates auch direkt über das Software Center durchführen. Und auch die Installationen und so weiter kann man dann über die Synaptics-Paketverwaltung machen, so wie wir das vorhin bei den Sprachen ebenfalls hatten. Schreib du mir doch mal in die Kommentare, welches dein Lieblings-Cinnamon-Theme oder auch Gnome-Theme oder KDE-Plasma-Theme und so weiter ist. Oder ob du auch dieses Theme hier jetzt zukünftig nutzen möchtest. Würde mich mal interessieren, was dein Lieblings-Theme ist. Und vielleicht werde ich meines ja auch mal ändern. So, jetzt natürlich noch die große Frage. Wozu braucht es denn noch ein Debian-Org oder noch eine Debian-Distribution oder eben auch eine OpenSUSE-Distribution, so wie GECO-Linux? Und ich habe, wie ihr sicherlich wisst, kritisiere ich ja immer mal wieder diese Ein-Mann-Projekte. Da diese ja leider, wenn ein solches Projekt dann erstmal richtig in Fahrt ist, dann hat dieser eine Entwickler dann oft irgendwann keine Zeit mehr oder keine Lust mehr. Und dann sind die schönsten Projekte liegen dann eben brach. Hier bei diesen Projekten GECO-Linux und Spyro-Linux ist das ein kleines bisschen anders. Der Entwickler SB, dessen Name nicht genannt werden möchte, aus privaten Gründen möchte er nicht öffentlich genannt werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen sage ich hier jetzt einfach mal SB. SB hat mir das auch so erklärt, dass er hier und da ein Betriebssystem benötigt, das quasi von vornherein seinen Bedürfnissen entspricht. Und auch wenn es schon viele, viele verschiedene Versionen, zum Beispiel von einem OpenSUSE oder eben auch von einem Debian gibt, verschiedene Forks, verschiedene Betriebssysteme wie Linux, Mint und so weiter, sind die zwar schon sehr, sehr gut, aber eben nicht zu 100 Prozent das, was er gerne hätte, weil wie er es denn braucht. Und Hauptgrund ist dann eher weniger, noch viel weniger privater Natur, also persönlicher Natur, sondern auch seinen Verwandtschafts- und Bekanntschaftskreis. Denn ich denke mal, ähnlich wie wir alle, wie ich und du mit Sicherheit auch, sind wir alle irgendwo auch Admin-Widerwillen, wie man so schön sagt. Das heißt, wir helfen unseren Verwandten, Bekannten und so weiter auch bei der Einrichtung oder beim Reparieren von Computer-Problemen. Und ja, früher oder später empfehlen wir dann einfach, hey, liebe Tante, du brauchst im Prinzip für das, was du machst, brauchst du gar kein Windows. Da bist du da gar nicht drauf angewiesen auf Microsoft Windows. Hier nützt doch einfach dieses Betriebssystem. Ich habe dir das so zusammengestellt, dass das wirklich deinen Bedürfnissen entspricht und du da auch keinerlei Nachteile hast. Und auf diese Art und Weise habe ich auch schon bei mir bei Verwandten und Bekannten Linux Mint zum Beispiel installiert. Und so ähnlich ist das auch bei SB. Er hat quasi auch im Verwandten- und Bekanntenkreis dann entsprechend entweder Gecko Linux installiert, weil er sich das eben so vorbereitet hat mit den fertigen Codecs und schon die wichtigsten Programme installiert. Oder eben auch hier bei Spiral Linux hat man ja auch gesehen, dann installiert das und dann funktioniert zum Beispiel auch Flatpak sofort out of the box. Hier muss nichts mehr eingerichtet werden. Selbst die Aktualisierungen und die Updates lassen sich halt ebenfalls über das Software Center lösen und man muss jetzt nicht unbedingt hier das Terminal nutzen. Und das ist so ein bisschen der Hauptgrund. Das heißt, bei diesen beiden Betriebssystemen Gecko Linux und auch Spiral Linux handelt es sich nicht um eigenständige Distributionen in dem Sinne, denn diese Betriebssysteme enthalten keine eigene Software integriert, auch keine eigenen Repositories, wie es dann häufig so der Fall ist, wie zum Beispiel bei Linux Mint auch der Fall ist, sondern es bedient sich zu 100% aus den originalen Datenquellen, aus den originalen Repositories von dem, ich sag mal, Mutterbetriebssystem, hier in diesem Falle zum Beispiel Debian. Das heißt, alle Sachen, alles, was hier neu installiert wird, was geupdatet wird an Software und so weiter, ist bereits in diesen Debian-Repositories verfügbar. Lediglich das Optische wurde ein bisschen angepasst und das, was eben standardgemäß vorinstalliert ist. Und deswegen ist das auch eine gute Idee und da kann man auch sagen, vielen herzlichen Dank an SB, dass er das Ganze auch mit der Welt teilt. Er hat extra auch die GitHub-Seiten erstellt, sodass jeder Nutzer auf der ganzen Welt im Prinzip auch seine für sich und seine Familie und seine Freunde eigens kreierten Systeme ebenfalls zu nutzen. Sollte SB hier unter diesem Video ebenfalls einen Kommentar absetzen, werde ich diesen auch wieder ganz oben anpinnen. Und dann könnt ihr direkt mit dem Entwickler selber, mit SB selber Fragen stellen, euch Informationen einholen oder vielleicht auch euch Tipps holen, wie ihr selber solche ISOs oder solche vorbereiteten Sachen erstellen könnt, worauf man da achten muss und so weiter und so fort. Es steht hier wirklich ein toller Ansprechpartner zur Verfügung. Und er hat mir auch per E-Mail geschrieben, gerade in Bezug auf seine Anonymität. Er hat leider sehr, sehr viel schlechten Kontakt auch mit anderen Linux-Nutzern gehabt oder auch mit anderen Linux-Entwicklern und da immer wieder toxische Beziehungen gehabt, was natürlich sehr, sehr schade ist. Ich bin zu 100% sicher, dass meine Community hier, ihr und so weiter, dass wir überhaupt gar nicht toxisch sind. Ganz im Gegenteil. Wir sind im Prinzip genauso wie SB auch. Wir wollen, wir interessieren uns für Linux und für Linux-Themen und möchten das System auch so, wie wir es gerne hätten, auch gerne so für uns haben und für unsere Freunde, für unsere Familie und sind im Prinzip für jegliche Hilfe auch dankbar. Somit sieht sich SB auch gar nicht selber als Entwickler als solcher, sondern er ist im Prinzip auch nur Nutzer wie du und ich, der einfach ein bisschen rumprobiert hat und ohne das Fahrrad quasi neu zu erfinden, wie er es selber in der E-Mail, die er mir geschickt hat, auch nochmal reingeschrieben hat. Dafür ist Linux eben da. Genau dafür sind die Open Source und Linux-Projekte auch gemacht. Jeder kann sein eigenes System nach seinen eigenen Gutdünken erstellen. Und wenn du zum Beispiel auch sagst, für dich und deine Familie ist ein bestimmtes Betriebssystem, muss dieses und jenes enthalten und so und so aussehen, das wäre das perfekte Betriebssystem, das ich bei meinem Onkel installieren möchte oder bei meiner Tante oder bei meiner Mutter oder wie auch immer, dann ist das doch super, dass man eben dieses Wunschbetriebssystem einfach kostenfrei und tatsächlich mittlerweile auch ohne riesengroßen Aufwand erstellen kann und eine eigene ISO zusammenbauen kann, um dann immer das Traumsystem auch an der Hand zu haben, um das bei Freunden, Bekannten, Verwandten zu installieren. Und warum nicht auch eine GitHub-IO-Seite erstellen, um dann entsprechend der Welt mit an diesem Erfolgsprojekt daran teilhaben zu lassen. Wie dem auch sei, ich finde Spiral Linux ist tatsächlich richtig toll. Ich finde das sogar ein kleines bisschen besser als Linux Mint, muss ich sagen, weil es tatsächlich nicht zu viele eigene Sachen enthält, sondern tatsächlich sich auf das Wesentliche beschränkt. Es ist dadurch sehr, sehr schlank, es lässt sich unfassbar schnell bedienen, gut bedienen, einfach bedienen und ja, das mit diesen Sprachpaketen, das ist halt so ein bisschen unser Pech, dass eben Englisch eben nicht unsere native Sprache ist. Englisch ist nun mal internationale Kommunikationssprache, da werden eben, das ist die IT-Sprache international, darüber wird kommuniziert und da ist es ganz klar, dass die ganzen Distributionen auf Englisch herausgegeben werden. Aber es gibt ja genug Sprachpakete, die man dann einfach nachinstallieren kann und Rucki Zucki ist auch alles hier auf Deutsch, so wie ich das ja hier auch schon gezeigt habe. Hier nochmal ein kleiner Tipp, auch in eigener Sache. Und in der Videobeschreibung gibt es den Linktyp.bio.link und dort befinden sich alle wichtigen Links nochmal von mir zusammengefasst. Wie du mich im Internet halt erreichen kannst. Ich habe hier auch eine Session-ID, falls du mir auch direkt persönlich mal schreiben möchtest. Ansonsten kommen wir auf jeden Fall mit in den Matrix Space. Das ist für unsere Community. Hier einfach entsprechend einen Client, am besten Element runterladen. Element ist das Beste. Und dann kommst du direkt mit in den Matrix Space. 67 Mitglieder sind schon drin. Sowas ähnliches wie Discord, nur ein bisschen freier und verschlüsselt. Und dann kannst du dort auch nochmal Hilfe bekommen. Eigenes GitLab habe ich Twitch. Twitch ist jeden Samstagabend um 19 Uhr. Da zocke ich dann irgendein Spiel. Zu diesem Zeitpunkt gestern Abend habe ich mit The Talos Principle angefangen. Guck halt auch ruhig nächste Woche 19 Uhr wieder ein. Da geht es dann weiter mit The Talos Principle. Das ist ein ziemlich krasses Ding. Dann wünsche ich noch einen schönen, sonnigen Sonntagabend. Viel Spaß. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.